hallo zusammen da sind wir wieder in china bridge of spirits hier in lagerhäusern der lagerhaus auf der suche nach der holzschmiedin bin jetzt alles noch einmal ein bisschen abgeklappert hier tausbau fehlt mir noch ein rot trotz maske vergessen der wald fehlen sogar noch zwei wo war ruseberg fehlt man nun hut er findet was er ins net jeden zentimeter was ist in zentimeter wenn ich das gemacht hätte ich vielleicht und hier im dorf dort an der dorf docks ist auch noch ein rot versteckt unter den stein ich komme nicht dran und dann ist machen wir folgendes wir öffnen mal das türchen wird sich vielleicht auch noch irgendwie ergeben lassen wir uns mal überraschen ich hoffe dass das spiel nicht wieder abgestürzt habe ich jetzt auch schon zwei dreimal gehabt immer noch das sieht ja gut aus hier oder der sonnfoto modus ja das stimmt licht licht in der finsternis habe ich jetzt was ausgelöst irgendwie schon oder oder du kinder oder stutter geht es jetzt irgendwie was bedeutung haben die lichter auch immer oder hoch dann das ist ja egal wir gehen mal weiter gar nicht vielleicht nicht aber das ist schon wieder sowas leuchtendes also eng ping pang pung große hilfe sind wir die netto die plage geistert kümmer hoch wir können mal runter irgendwas haben wir vielleicht fehlen uns da irgendeine fähigkeit obwohl warte mal ich könnte wieder was abgehebten du brauchst 400 so bräuchte ich drei mal papier pariermut und deine und was ist das brauch ich auch 300 schwer angriff mit präzisem timing durchführen und massiven shop ja 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 wir müssen halt stritt für schritt wieder ein paar blüffend gucken wir ob wir da hoch kommen ach du scheiße das wird wieder so die rätsel ja ich weiß irgendwie müsste es doch hoch gehen ja gleich ja nicht hier ja das gegegnet du sie nun hat mich ein bisschen ja los vielleicht sind es doch nicht oder von du wach du wer kommt denn durch jetzt Wo war? Kena, hinter dir? Ach du Scheiße, bloß so. Kein Holz nimmer. Das ist die Holz die ich bin. Ich habe Benny und Saya frei von Taro. Ich bin auf der Weg zu helfen den Holzmütern. Du sie kennst? Ja, ich weiß Adira. Sie war eine großartige Holzmütern. Zusammen haben wir eine Möglichkeit, um die Energie der Schreine zu holen. Sie glaubten, dass wir die Ressourcen von diesem Land verletzten, um die Stadt zu verletzten. Aber das Geheimnis hat lange lange Zeit. Wir haben nur noch einmal geteilt, aber ich kann sagen, Sie haben eine starken Verbindung mit dem Heiligen Geheimen. Sie haben die gleiche Energie, die durch diese Ressourcen fließt. Es muss sein, was du zu diesem Land verletzten. Mit Fokus, Sie können diese Energie sammeln. Die Bombe sollte sich als nützlich erweisen, um all die alte Technologie jetzt in Gang zu bringen. Wir müssen die Mechanismen reparieren, um den Durchgang zu öffnen. Schau mal dort oben nach und sehe, ob du es zum Laufen bringen kannst. Die Bombe bewirkt, dass bestimmte Objekte vorübergehend schweben. Und schon haben wir es. Ui. Das geht aber denn. Also halte linke Tasten. Okay. Wie hilft der Holzschmädin? Aktiviere zwei Machtkristalle, um die Tür zu öffnen. Der Ort schöpft eins. Ich weiß alles nicht, wann die fertig sind. Okay, jetzt erst würde ich aber vorschlagen, ich würde sagen, das sind dann die da. die Dinger da durch. Da draußen lungert noch so ein Rot rum. Geht mal kurz zurück, das darf man ja, oder? Ich denke, dass das Tor wieder von innen auf geht. Soll ich mal gleich ausprobieren, da draußen. Wer sagt, ich will irgendein... Oh, es ist dunkelbar, oder was? Ich könnte ja auch bleiben, das Tor. Manchmal ist es halt nicht so zu durchschauen, was ich halt abgeschickt habe. Was ist genau? Lauf. So ist es. So ist es. Wenn man sieht, dass es schwer mit der Maske, wenn man die Maske aufsetzt, ist er hergedabbelt. So, dann haben wir mal linke Tasten gedrückt. Aha. So ist es. Alle 10 noch, ja. Ich bin fertig. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob man das doch noch mal... Ich habe jetzt gar keine Erinnerung mehr, ob da jetzt noch was war. Aber das war mir jetzt am wichtigsten. Gehen wir zurück und versuchen unser Glück da drin. Und wir kommen mit Sicherheit jetzt auch wieder zum Kampf, denke ich mal. So. 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 Können wir an Licht mal. Ist da jetzt zum Beispiel jetzt so ein Ding, ne? Guck mal. Bleibt aber nicht. Und wo hätte man jetzt so hin sollen? So hoch da. So hoch da. Also das muss aber fix da rüber und dann... Und das soll? Möglich. Und eine Erklärung habe ich jetzt nicht. Und eine Erklärung habe ich nicht. Es muss schnell gehen. Ja. Tick tack. Jo. Au. Und das war nicht. Okay. Was habe ich jetzt? Doch war es irgendwo, wo man sich Strau hängen könnte. Also ich sehe es mir jetzt nicht auf Anhieb. Wo war? Vielleicht war der auch hier. Ne, ne. Da war ja noch mal der da in der Mitte. Da hätte er uns hier gebraucht. Okay. Vielleicht später wieder. Oder hier rum. Du bist noch hoch, guck mal eigentlich. Ich kenne die. Au. 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 Okay. Kleine Fortschritte sind auch Fortschritte. Oder? Jo. Genau. Man muss an alles denken, gell? Ich tue den Holzweg. Wo sind sie? Achso. Aha. Moment. Geht da jetzt wieder nach unten? Haben wir alles hier? Ich hoffe es. So oft möchte ich da nicht drauf. Oder war der Molto? Weiß ich auch noch was, oder? Irgendwie hause rum und drauf. Eieieiei. Das ist alles. Ich will alles untersucht werden. Riesische Schleifsteine. Das sind hier riesen. Riesen unterwegs. Riesenschmiede. Das ist so gut gewesen. Oh. 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 Ach du. Ach nee. Komm. Bitte nennen. Was ist denn das? Oh oh. 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 Aua. Das hat kein Ding. Das ist kein Ball. Äh. Kein Schaden. Was ist denn das für einer? Ja. Wie. Oh. 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 Ähm. Halt. Wo ist er dann? Weiß er. Warte. Ich weiß nicht was es ist. Ich habe Angst. Irgendwie fürchte ich mich verdammt. Weil ich nicht weiss was er vorholt. Warte mal. Kann man da was machen? Hä? ich bin ein bisschen leicht im fahrnein verstecken irgendwo ich könnte da nirgends rum wie kriegen wir denn sind wir da hergekommen irgendwie aus stein das ding oder was ist das eine spinne gefährlich dann kann man da hoch oder was durch durch oder hoch die kiste geht nicht warum mit dem käfer wird ja kein ball oder irgendein ausweg in fluchtmöglichkeit oder um wie aus konnte er versauern das ist mir grad scheiß egal blöde smith ach der kristall in der mitte dann muss man was wird ein bisschen gedauert das sind jetzt zwei oder drei oder was langsam besser nicht die sind in angriff stellen auch das war nicht gut nicht gut gezielt schade zu langsam naja wissen wir auch noch jetzt irgendwie muss nicht gehoher mit einem die zeit auch alle wenn der gehofft achtung 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 warte mal du stehst falsch habe ich jetzt getroffen oder fliegende dinge hat er uns schon wieder da oben ja wo ich habe kaum noch lebe was sehe ich was ich in der vor sich kinder das ist klar da noch ein paar muss noch irgendeiner habe ich das jetzt nicht gebruchte vorne hätte flattern noch einer das sind nur zwei oder drei oder vier habe ich aber zerstört noch ein treffen wir sind geschichte denn schafft auch kaum freunde das kann er nicht heute sagt war ein blatt schuss war eindeutig ein blatt schuss ich bin froh dass ich den bogen habe halt bloß nicht jetzt was was hat und wenn er hoch geht dann okay dann hoch langsam schuss schuss das wird schon das wird schon halt so nett Achtung jetzt was gleich geht da hoch ok 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 was haben wir was ist passiert ob jetzt die nussknacke nur starten nochwegs dass schonusa nadie sagt man hat immer anmer avete alsosh also 누구 auch in der f законч house ist ja schon ein blattes füst ist ja schon ein kleid ist wird das Doppler ja die ganze seite ein kleid hat sich wissen diese kantin bekommt man sich da wiederỗchen auf calmer in der warte oder nicht springen einfach. da war doch auch noch eine kiste irgendwo. da... au 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 au... blutsch? schnell! ok findet sich auch klack 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 und schon ist zu das ding wieder so geht es auch da oben steht jemand ich denke hier ist ich denke immer hier jetzt finde ich dann und dann hinterher stellt sich noch raus ach komm mal da und da und da immer runtergerutscht ich glaube doch vorläufig nix mehr ok da so irgendwie aus ungestützte möbel wenn ich alles weiß was hier geht alle vier auf einmal ja auch noch hoch dann aber noch immer die maske was da passiert läuft ach haben freunde wie sollen das funktioniert werden wir durch ok wird wenigstens die kiste wenigstens die und die und die in die und hut was muss Achtung ein Käferhut mein glück mein Käfer ne mein Käfer haben wir schon Kartoffelkäfer ok so ah ok 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 das ist ist es jetzt nur für hier gewesen ne ach für die üben ne doch das leuchtet noch haben wir alles erledigt hier schau noch mal ich komm noch nicht mehr her ich komm doch nicht mehr her so jetzt ist nur die frau schaffen wir das bis dann immer es klickt wieder gehen also warte mal langsam rüber ziehen können wir uns und müsste der warte mal langsam noch mal warte mal warte mal langsam was passiert wenn man wenn du hoch jumpen ja ja viel ja 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 also und jetzt nicht werfen weil ich besser muss ich das erst auflade wieder das geht also mal von der zeit schon gar nicht da muss man überstehen alles auf zeit so was passiert wenn ich denn jetzt umdrehen okay das bringt mich nicht weiter besonders und steuern das war knapp ja okay bei den kleinen steuern habe ich nicht verstanden jetzt gerumpelt in der kirche wieso was oder ist keine ahnung jetzt hier versteht jemand wesentlich jetzt erstmal maske ruf und guck rothsee henne sitzt da da muss er drin sein irgendwo Oh, wenn er noch mitkommt. Hauptsache das geht jetzt aber nicht so lange. Du bist ja zu einfach gewesen, oder? Was ist denn das jetzt? Oh nein, oder? Ach, scheiße. Wer hätte denn das gedacht? Ich nicht, doch. Warte mal, wie viel sind denn das? Drei, vier, fünf, war auch gekommen heute. Wow, das wird eng. Das sieht nicht gut aus. Links kommt die erste, gell? Ah, hat funktioniert. Wow, das war knapp. Was ich alles für dich mache, für die Kena. Haben wir alles jetzt? Alles erledigt? Das leuchtet doch auch noch da. Oder habe ich mir das jetzt gebildet? Oder war das jetzt nicht, weil das Licht durchgekommen ist? Und so, ja. Ah ja, okay, verstehe. Das wird immer kompliziert, oder schwierig, oder? Und die kleinen Prozester kommen. Klar raus, ja. Schnell, schnell. Ist das auch schon erledigt? Ja. Ich sehe jetzt nicht, ob es luchtet, oder nicht. Was sind das hier? Aha. So. Okay, müsste man wahrscheinlich ins A irgendwie. Au. Ach du Scheiße. Das ist hundert ... Ach, wir müssen die Symbole übernommen bringen. Ja, in welcher Zeit? Ach komm, er hat er hoch her. Ach du Scheiße. So, was ist denn das? In der Zeit vielleicht? Können wir einen versuchen noch. Hopp. es ist doch gut so schön oder ach du scheiße freunde das müssen wir irgendwie in die reihe folge bringen war was soll das da unten ich weiß es nicht ich mach mal einen cut probier es offscreen ok ich habe noch ein paar versuche gebraucht bis ich es zu weit hatte es war also mehr zufall wie nice work kurze gesagt nice work gute arbeit ok und was haben wir jetzt erreicht mal von oben gucken vielleicht baumhaus gebaut oder keine ahnung wempeljabreiner wie er oder also tür auf malen und gehen wir mal kurz runter frage die tante oh was ist denn das so schön da bloß ist es nicht geschehen ich bin jetzt überfragt naja wir haben echt Zeit ach was 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 wo ist denn das nächste der ober oder was ist fein ne oh ja und hoch irgendwie ne würde ich sagen so ja klasse sei vor das du dir drunter gefallen bist so halt moment moment kommt was du gehst irgendwo neu achten ob da noch einer und das ist ein hut oder jetzt nur was geister post haben aha gibt sie im dorf ja mache ich aber jetzt ja verschlossen wenn es nicht auch gezeigt wird ist ja nichts leuchtet überall leer jetzt sind da hier in die stelle herkomme jetzt erstmal nachsehe wo du gut hier ist nichts mehr nichts mehr interessant immer weiter müssen wir doch da bin ich jetzt nicht herkomme nein da bin ich nicht herkomme geht die tieren nicht um da lieber schwimmen also nicht lieber schwimmen sondern lieber laufen hier sind wir herkomme das ist auch noch was irgendwas schimmer da noch einen topf da bestimmt was drin ich mache das tor auf jetzt wenn das immer hoch genau und tor auf und dann ist alles was ist ein dollo wie da ihr macht mich ganz durch naja was und ganz große schweißer freunde die komischen doch ach komm herauf mit dem scheiß das geht nicht jetzt muss schwimmen bis das getriggert ist oder ich mache ich das mir egal jetzt aber super ich gehe doch rüber fertig und jetzt nix ach doch nie war mir sie mal oder ok war das schaffen wir und dann noch einmal eins weg in einer kiste ich habe gedacht das wäre unser nächstes unser nächstes rätsel nein jetzt machen wir mal mit dem da dann schaffe man nicht müssen wir beide noch einmal aktiviert das schaffen wir nicht genau das weh ich ok los den nummer runter und nimm den da das könnte man schon vergehen mach stehe ich dort senkrecht im sessel ich hasse es auf zeit ich hasse das ist jetzt nur ach da ist er ja ist er wieder was steht denn da wir bitte schließen ok und dann haben wir das türchen offen das wären dann das hänge ich zusammen war da ein wenig bloß noch zusammen oh ja das wäre nett ob er noch oben noch oben noch kina oben wow ja und dann lass uns die tür öffnen egal was ihr noch alles rum liegt wie soll ich denn wie dann ach du scheiße das ist übel haben wir dahin gar nicht geguckt die haben uns reingelegt denn was hat verborgen ja nicht so aus das war ein schöner umweg war einfach habe keine so voller alles ok bei dir ok ja 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 Was hast du getan? Das sieht nicht gut aus. Ach du Scheiße, guck da mal. Ach nee, Herr der Ringe lässt grüßen. Hör der Gäse, Fafnir oder was? Und Alf, hast du gespeichert eben? Ok Freunde ich mach' einen Cut, mach's dir bis dann, juhu.